Moin oder herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer etwas anderen Folge MSCO, wer das nicht kennt, das ist quasi der Online-Modus von MySummerCar. Wir sind hier wieder mit dem guten alten Fabi und ja, nicht wundern, die ersten Minuten, die habe ich, da habe ich leider meinen Ton nicht aufgenommen, Fabi, ihr hört ja, aber mich leider nicht, weil ich vergessen habe, meine Audio anzumachen. Ja gut, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Ja gut, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja gut, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja gut, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, sorry, ich habe gerade nur Fabi gehört, weil ich habe vergessen, mein Mikro anzumachen, es tut mir leid. Ja, wir sind hier in MSCO. Der gute, alle mit dem guten alten Fabi. Wir warten jetzt nochmal auf den Fabi. 405 Turbo Diesel. Ich kann euch gerne die Webseite zum Runterladen verlinken. Es ist kein Virus. Alles gut. Das ist die offizielle Webseite, die steht unten in der Videobeschreibung. Es steht auch unten in der Videobeschreibung Fabi und ich kann euch gerne zeigen, wie man sich MSCO runterlädt. Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr das sehen wollt. Hallo. Anna, guck mal an, wer da ist. Ich habe gerade die ganze Aufnahme überhaupt vergessen, das Mikrofon anzuschalten. Du kannst losfahren. Du kannst losfahren. Du kannst losfahren. Okay. Oh Gott. Fährst du in High oder Low? High. Äh, Misi. Was? Could you please stop on time? Äh, ich steig doch lieber in Passenger Mode, sonst könnte mich das noch echt jetzt. Ha. Ja, ich habe mich angeschnallt. Ja, ich muss mir nicht mal anscheinend. Fahr. Okay. Wir fahren zur Time Mode. Äh, zu flittarig. Ich fitte. Achso, da war ja was. Äh, Low. Am besten auf High. Und dann auf High. Ja, ich bin gleich der. Ich muss nur noch kurz ein bisschen Rohrzucker holen. Jaja. So. Wo hat er gesagt? Zu Time oder Flittarig? Ich weiß nicht mehr. Flittarig! Okay, Flittarig. Perfekt. Misi, der Spanngurt ist abgerissen. Der Spanngurt ist abgerissen? Ich rolle weeg! Ja, gut. Mal mal den Spanngurt wieder dran. So ist es ja nicht. Meist Summer Car ist ein Spiel, das kann ich sehr empfehlen. Gerade meist MSCO ist das ein sehr gutes Game. Und warum reißt der Spanngurt? Misi? Ja? Was machst du? Hä? Hä? War das bei mir? Du bist auf einmal da hinten? Gerade war es okay. Ähm. Ah ja, ich komme. Misi, lass mal gucken, wie weit ich komme mit dem leeren Tag. Ja, du bist auf einmal da hinten. Ja. Moin. Kommst du da? Ja, ja. Das ist gut. Oh Gott, das geht sch... Ach du! Oh mein Gott! Rally! Alles gut, Rally mit dem Truck. Ist alles gut dann? Ja, ja. Also, ich weiß ja nicht, was ihr habt, aber Rally mit dem Truck, das ist doch... Oh, super. Trolley, alter. Trolley. Guter, alter Trolley. Ich meine, es ist auch nicht normal, dass ich mit 80 Jahren über den Feldweg fahre. Nö, ach. Das ist Trolley. Das Auto ist aber jetzt, wenn es geregnet hat, hier mal. In real life. Ja, ja. Ich habe gerade ein bisschen Trolley berie... betrieben. Oh Gott, Misi, du bist direkt hinter mir. Ich würde bremsen, das ist keine Kurve. Das Ding hat, bremsen wie ein Fisch. Das Ding hat, bremsen wie ein Fisch. Ich würde mal fahren, sonst schiebe ich dich an. Ja, das Ding hat zwei PS, Mann. Gleich links, 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 links. L wie links. Rechts, okay. Ach, du. Ach, Abkürzung. Alter, ich habe gerade die perfekteste Abkürzung der ganzen Welt genommen. Das ist überhaupt... Ich glaube, ich... Ich glaube, ich... Also, ich... Ich... Dings, mein... Mein Tank sieht so aus, als wäre ich gleich leer. Ach, schieb dich an. Warte, mir steuert es schon so schlecht, warte. Kann sein, dass ich gleich mitfahren muss. Deswegen würde ich nicht zu nah ran fangen, weil wenn der Tank leer ist, mach das Ding in Vollbremsung. Digga, du rauschst gerade von mir weg. Das ist ein Rudermotor. Oh, shit, hier geht's runter. Oh, hier ist... Äh, Drunkman. Äh, nee, wie heißt der? Keine Ahnung. Wie ist der noch, Marek? Ja, der... Wie sie... Wie sie der Motor pickelt runter, Tank ist leer. Ja. Das war's. Ja. Achtung! Ich stehe quer auf... Oh, shit! Ich meine, der macht der Vollbremsung. Ja. Perfekt geparkt, ne? Steig rein. Moin. Jo, kann sein. Gut. Perfekt. Oh, Gott. Das Skoda hält aus. Will das Autos? Jo. Alter, ich freu mich schon übelst auf meinen Winterkarl, wirklich. Das ist... Bin sogar hyped auf das Game. Hörst du das? Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist jetzt wieder weg? Ja. Und jetzt? Immer noch weg. Jetzt wieder da. Das ist so vertraulich, warum bin ich an und aus, ne? Ach so. Kurve! Ach du... Okay, alles gut, alles gut. Easy. Kannst du hier rechts mal parken, rechts parken? Stopp. Stopp. So. Sag mal, siehst du das auch? Ja, weißt du, was das ist? Nee. Das sind von dem Dino... Bei dem Dino, wenn du auf dem Dino stehst, äh, mit dem Satsuma, dann hast du das Bandgut dann im Auto. Weißt du? Ach so, ja. Ach so, und das ist das? Misi, 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 ja, ja, Misi, ist der Motor bitte noch an? Ja. Jetzt hör mal, warte, wenn ich hier die Hydraulik-Pumper mach. Ach, lol. Tatsache, das sind einfach die Dino-Dinge. Okay. Ja. Äh. Jetzt wirst du quasi mit dem Furnay fahren. Genau. Na, Prost Mahlzeit. Will ich nichts trinken? Perfekt. Misi, du solltest nichts trinken. Ja, war das schon an? Hm. Jetzt ist es an. Okay. Übrigens, soweit ich fahre, sollte er dir eigentlich Vollgas geben. Ja, macht das so ziemlich. Ja. Wer den Furnay nicht kennt, das ist ein Auto, was einfach zu viel PS hat. Ähm. Du drückst einmal aufs Gas, das dreht sich normalerweise, obwohl, ja, du brauchst ein bisschen Fingerechte zum Bühlen. Das Ding ist eher für Dreck gebaut, glaube ich. Mhm. So. Ich hasse das, mit diesem Ding schnell zu fahren, ne? Ja. Alter, du machst bei mir die ganze Zeit einfach, einfach nur Vollgas im ersten Gang gefühlt. Ja. Okay, sag mal so. Soll ich mal die Tür aufmachen? Nein. Ah, Scheibenwischer, perfekt. Ja, mir hat geregnet. Oh Gott, wie die? Das Auto beginnt schon wieder zu wackeln, siehst du das? Ja, ja, ich merke's. Da ist nix gut. Da ist nix. Jetzt bist du bei mir gefühlt so, gibst du kein Gas, weißt du? Jetzt gibst du bei mir Vollgas im ersten Gang die ganze Zeit. Da ist mein mobiles Funktelefon, hab ich das unten vergessen? Dein mobiles Funktelefon? Ja. Ja. Hier ist ne Baustelle, warum auch immer. Aber jetzt ist er abgesoffen. Ja, jetzt hab ich ihn ausgemacht. Hier sehen sie ein wunderschönes Exemplar von Furndale mit ein paar Dellen. Ach du, okay, das ist nix mehr, das hat nix mehr mit Dellen zu tun. Ähm, ein wunderschönes Exemplar von Furndale. Was das denn echt für ein Auto ist, frag mich nicht, ich hab keine Ahnung. Was willst du sagen, Kaffee? Oh ja, ein richtiger Löffel Kaffee. Hättest du auch ein bisschen Bier? Ein bisschen Milch. Ich auch. Am besten alles hier Batterien. Was ist das? Ah, Batterien, ja, ja, warte, kauf ich gleich. Was ich hier auch noch? War hier schon immer ne Wand in Meistermarker? Oh, Misi. Siehst du das? Lädst du das mal ins Auto ein, bitte? Ja, ja. Misi, bei mir hast du nix in der Hand. Doch, du hast die Einkaufstüte, ne? Ja. Gut. Ich muss die aber gleich nochmal anfassen. Du bringst einfach dir Sachen zum Auto, ich pack's dir ein, sonst packst du da rum. Jo, haben wir noch genug Tank? Weiß ich nicht. Kann ich nicht reingucken. Junge, diese Wolken. Ja. Bei mir bist du noch im Auto. Egal, Kaffee. Ach, du steckst schon wieder im Auto. Du bist das Auto. Hey, Misi, Misi, fliegt bei dir ne Kaffeetasse rum, oder was? Bei mir hast du gerade ne Kaffeetasse gefühlt von Alaska einfach teleportieren lassen. Ich hol' mir ne schöne Chicken-Nuggets-Box. So, bin ich jetzt wieder da? Ja. Machst du jetzt Pommes, oder was? Ich hol' mir jetzt die Chicken-Nuggets. Ah, die Pommes sind fertig. Misi hat's da eigentlich... Ne, bei mir noch nicht. Jetzt sind sie fertig. Tamo hat... Tschüss, für Misi. Tschüss. Ich wollt grad... Digga, bei mir waren... Sind die einfach weggepackt. Ich wollt grad sagen, Tamo hat meine Pommes aufgegessen. Äh, ess mal. Kann ich nicht. Habt ihr aufgegessen? Oh nein, ich brauch was zu trinken. Junge, wie du das Bier hängst. Alter, gut, dass es in der Aufnahme zu sehen ist. Ich weiß, wie ich das halt... Ja, jetzt hältst du wieder normal, aber... Ja, gut. Freunde, das wär's für die Folge gewesen, ne? Nur so.